Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem kleinen Video. Dieses Video ist jetzt eher persönlich gehalten und hat keine Informationen zum Almehmeh, sondern eher zu meinem Kanal und was denn zur Zeit darauf passiert. Zuallererst, ich hatte noch nie wirklich viele Videos auf meinem Kanal, zumindest mal nicht, was die wöchentlichen Videos angeht. Und das möchte ich auch so beibehalten, so zwei, drei Stück in der Woche reichen völlig, weil ich mehr auf Qualität anstatt auf Quantität setze. Allerdings in letzter Zeit hat sich das Ganze ein bisschen zurückentwickelt, bis hin zu den letzten zwei oder drei Wochen, wo ich eigentlich mehr oder weniger nur noch eben die eine Flash gemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich einfach die Motivation zur Zeit nicht habe. Nicht, weil der Kanal mir nicht Spaß macht, das tut er dennoch, aber es ist so, dass ich seit zwei, beziehungsweise zweieinhalb Jahren, vielleicht sogar länger an Depressionen leide. Das heißt, es gibt Tage, wo ich eben nichts machen möchte. Es gibt Tage, wo ich einfach nur schwarz sehe und keine Kraft habe. Es gibt aber auch Tage, wo ich wirklich gut drauf bin. So ein Tag war zum Beispiel gestern, wo wir eine Grillfeier vom Geschäft aus hatten. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich bin ehrlich, ich war ein Idiot, wo ich kleiner war, wo ich mich immer da gewehrt habe, an solchen Aktionen teilzunehmen. Es ist jetzt nämlich so, dass ich nicht wirklich sozial bin. Unsozial kann man es eigentlich nicht nennen. Ich habe einfach nicht den Drang dazu, mit Menschen zu interagieren. Zumindest mal nicht mit fremden Menschen oder welche, die ich jetzt nur notgedrungen kennengelernt habe, beziehungsweise mit denen ich notgedrungen kooperieren muss, arbeiten muss. Jetzt unabhängig von der Arbeit, da sind so weit so ganz coole Leute da. Klar gibt es manchmal Stress und so weiter, aber das ist was anderes. Das gehört auch gar nicht hierher. Ich möchte einfach darauf hinaus, dass ich eine kleine Auszeit brauche. Nicht von den Videos direkt. Die eine Flash wird nach wie vor kommen, weil das ist eines meiner Herzensangelegenheiten, sondern es soll eine Vorabentschuldigung sein für die kommenden Wochen, vielleicht auch Monate, wenn es etwas weniger Reviews auf diesem Kanal geben wird. Ich möchte einfach schauen, wie ich dann jetzt damit klarkomme, um eins vorwegzunehmen. Ja, ich suche nach einem Therapieplatz, das heißt also mehr oder weniger ein Psychologe. Das Problem ist, das suche ich auch schon seit ein oder zwei Jahren und die Größten, wo hier umkreist sind, eigentlich die Einzigen, die sind so voll, dass sie keinen aufnehmen. So heißt im Klartext, man muss warten und immer wieder mal nachfragen. Es gäbe noch die Möglichkeit, natürlich mich stationär zu behandeln zu lassen und zwar in Weißenau. Viele sagt euch das vielleicht noch von Geschichtsunterricht vielleicht was, gehört aber nicht hierher. Das ist etwas, wo ich eigentlich auch nicht machen möchte. Nicht, weil die Station das schlecht ist. Ich war da schon mal wegen Suizidgedanken. War allerdings schon in der Jugendzeit, also hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Ich möchte einfach nicht stationär behandelt werden. Ich möchte einfach jemanden haben, wo mir zuhört, wenn es mir schlecht geht. Ich möchte aber niemanden wirklich aus meiner Familie, meinen Freunden damit belasten, weil, ja, die gehören eben zu meiner Familie und da möchte ich einfach so wenig Schaden anrichten wie möglich. Kurz und bündig, es könnte sein, dass die Reviews auf diesem Kanal etwas zurückgestuft werden. Ich habe ganz viele Animes, wo ich gerne anschauen werde, aber die Reviews dazu werden sich verzögern. Ich möchte mich vorweg also schon mal entschuldigen, falls da jetzt etwas weniger oder nicht mehr so regelmäßig kommt. Eins möchte ich nochmal klarstellen. Mir geht es soweit okay. Ich habe nicht vor, mich umzubringen oder sowas. Nicht, dass da Gerüchte aufkommen oder Sorgen, wie beim Rob von Gemomat. Ja, ich muss zugeben, als ich das Video von ihm gesehen habe, habe ich lange überlegt, ob ich auch so eins machen soll. Ich bewundere den Kerl, dass er so viel Charisma, vielleicht nicht das, sondern Willensstärke eben hat, das Ganze offen zu legen. Nicht so offen wie ich vielleicht. Zumindest mal habe ich das jetzt im Kopf, das ist ja schon eine Weile her, dass er jetzt nicht das so offensichtlich gesagt hat. Aber damals gab es eben ziemlich viele Nachrichten, wo sich die Leute Sorgen gemacht haben. Deshalb möchte ich das nochmal vorwegnehmen. Es gibt keine Gefahr für mich. Mir geht es gut soweit, nur eben, dass ich manchmal schwarze Löcher in meinem Kopf habe, wenn man das so sehen möchte. Ich möchte mich bei euch bedanken, für das, dass ihr so lange da seid, für das, dass ihr neu dazugekommen seid. Die Kommentare haben in letzter Zeit zugenommen. Das freut mich. Und ja, ich möchte den Kanal fortsetzen. Ich möchte diese Videos mehr machen. Und dieses All-About-Anime-Format, wo ich da ja vor kurzer Zeit, ich glaube, es müsste schon wieder ein Monat oder sogar länger her sein, ins Leben gerufen habe, das ist auch etwas, wo ich gerne gemacht habe, beziehungsweise gerne mache. Aber dafür fehlt mir gerade der Kopf. Ich bekomme keine klaren Gedanken, um da die Texte wirklich einzusprechen. Und wenn ich 20 Mal den gleichen Satz einsprechen muss, das macht einfach keinen Spaß mehr. Und dann möchte ich auch das Video nicht zeigen, weil das hat dann so viele Schnitte wie dieses wahrscheinlich, weil ich habe mich ja schon 2000 Mal versprochen. Ich mag sowas nicht. Ich möchte ein schönes Video bringen, aber dieses hier wird wahrscheinlich sehr geschnitten sein, weil ich einfach jetzt das Ganze an einem Stück sagen möchte und nicht irgendwie scripten oder so. Eins vorweg, das Ganze ist natürlich kein Aufruf, um mir jetzt zu spenden. Klar, in der Videobeschreibung gibt es einen Link und so. Ich würde mich auch freuen, wenn es da den einen oder anderen gibt, der einfach mal da was dazu gibt. Aber ihr sollt das nicht müssen. Ich habe den Link immer drin. Das heißt also, auch wenn euch ein spezielles Video gefällt oder irgendwas, ist egal. Ihr müsst nicht spenden. Was ich cooler fände, wenn ihr mal im Shop vorbeischauen würdet, da gibt es nämlich coole Motive, wo ich mir ausgedacht habe. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen vielleicht hier aus dem Ort mit dem T-Shirt sehen würde. Ja, ich werde auf keine Convention, gehen. Das sollte so langsam klar sein. Ich bin kein Typ dafür. Eventuell nächstes Jahr auf die Gamescom, aber das ist noch nicht sicher. Ansonsten Manga, Anime, Conventions bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich mag die Menschen um mich herum zwar, aber eben nicht so viel. Das ist einfach Stress für mich mit allem Möglichen. Aber das ist was Persönliches. Ich wollte jetzt einfach mich entschuldigen, falls, ja, ich wiederhole mich, falls eben die Videos beziehungsweise mal die Anime-Reviews in nächster Zeit etwas weniger werden. Ihr merkt auch, meine Stimme ist jetzt gerade nicht die beste. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Das ist schon ein paar Monate und das sieht man auch in den Videos und beziehungsweise hört man in den Videos. Es wird wahrscheinlich auch nicht besser. Dafür auch nochmal großes Entschuldigung. Aber ich werde daran arbeiten. Ich werde hoffentlich das hinkriegen, dass das bald wieder besser wird. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch öfters wieder. Freuen würde es mich auf jeden Fall, wenn ihr da bleiben würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht, wann immer du das Video hier siehst. Mach's nicht gut. Mach's besser. Ciao. Ciao.